Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Löwe, der heutige Tag bringt eine Welle von Emotionen mit sich, die deinen Handlungsdrang entfachen. Auch wenn einige Menschen in deinem Umfeld eine Ich-zuerst-Haltung an den Tag legen, die dich nerven könnte, bleibt dein Fokus auf dem Gemeinwohl und der Verbesserung der Situation für alle. Du bist eher daran interessiert, auf das Wohl aller hinzuarbeiten, auch wenn die gegenteiligen Handlungen von jemandem zu Reibungen in euren Beziehungen führen. Bleibe deinen Prinzipien treu und gehe jede Herausforderung mit unerschütterlicher Zuversicht an. Die Planetenbewegungen, die in diesem Monat auf dein Sternzeichen einwirken, erzeugen eine starke Mischung intensiver Energien, die dich hoch aufgeladen und wachsam machen. Inmitten dieses energetischen Wirbelsturms ist es wichtig, einen Weg zu finden, um im Gleichgewicht zu bleiben. Wasser ist in dieser Zeit dein bester Verbündeter, trinke reichlich davon, mindestens 8 Gläser pro Tag. Ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist nicht nur gut für deine körperliche Gesundheit, sondern trägt auch zum emotionalen Gleichgewicht bei. Lass dich nicht ausbrennen, sondern lege Wert auf Selbstfürsorge, um diese energiereiche Phase mit Anmut zu überstehen. Auch wenn du intensive Emotionen erlebst, wird es dir nicht viel Sympathie einbringen, wenn du verkündest, dass du dich schlecht fühlst. Die vorherrschende Stimmung ist von Optimismus und guter Laune geprägt, und es ist wichtig, diese kollektive Stimmung zu respektieren und zu pflegen. Anstatt die Stimmung zu dämpfen, solltest du dich der positiven Stimmung anschließen und anderen zeigen, dass auch du zur Fröhlichkeit beitragen kannst. Deine Fähigkeit, zum allgemeinen Gefühl der Freude beizutragen, kann deine Beziehungen stärken und deine Stimmung heben. Löwe, du bist normalerweise nicht dafür bekannt, dass du die sentimentalen und romantischen Aspekte einer Beziehung betonst, aber der heutige Planeteneinfluss schafft eine Atmosphäre, die perfekt ist, um in Romantik zu schwelgen. Es ist ein guter Zeitpunkt, um deine in Liebsten mit einem wirklich romantischen Abend zu überraschen. Bereite ein besonderes Essen zu, das Aphrodisiaker wie Austern und Champagner enthält. Dieses köstliche Erlebnis wird euch beide in ein Reich der Glückseligkeit und Leidenschaft entführen, wenn auch nur für eine Weile. Lass dich an diesem Tag von den kosmischen Energien leiten und gehe vorsichtig deinen Weg. Auch wenn das Universum vor positiver Energie nur so strotzt, ist es wichtig, dass du deine Handlungen und Entscheidungen mit Achtsamkeit und Vorsicht angehst. Auf diese Weise kannst du unnötige Hindernisse und Rückschläge vermeiden. Denke daran, dass die Entscheidungen, die du heute triffst, deine Zukunft beeinflussen können. Nutze diese Gelegenheit, um Positives in dein Leben einzuladen, indem du umsichtige und bewusste Entscheidungen triffst, und du wirst feststellen, dass das Universum deine Umsicht mit reichlich Segen belohnt. Der letzte Viertelmond im Krebs steht im Quadrat zur Sonne in der Waage und ermutigt uns, unsere Gefühle zuzulassen und die Bedürfnisse unserer Lieben zu achten. Löwe, diese Konstellation entspricht genau deinem Wesen, das du heute verkörpern möchtest. Außerdem steht Venus in Löwe in einer kleinen kosmischen Spannung zu Pluto, der rückläufig im Steinbock steht. Dieser Aspekt könnte zu Machtkämpfen oder komplexen Beziehungsdynamiken führen. Denk aber daran, dass du die Fähigkeit hast, Plutos transformative Energie für dein persönliches Wachstum zu nutzen. Abschließend möchte ich sagen, dass du, Löwe, den Tag nutzen solltest, indem du deine Gefühle in konstruktive Handlungen umwandelst. Bleibe inmitten der intensiven Energien ausgeglichen und gut hydriert. Nimm den vorherrschenden Optimismus an und trage zur Freude deiner Mitmenschen bei. Gönne dir Romantik und überrasche deine in Liebste in mit einem besonderen Abend. Gehe mit Achtsamkeit durch den Tag, denn du weißt, dass deine Entscheidungen deine Zukunft bestimmen. Mach dir das transformative Potenzial der Pluto-Energie zu eigen und lass dich von ihr zu persönlichem Wachstum und positivem Wandel führen. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hochdrückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Das Ast der Stäbe steht für Inspiration, Neuanfänge und kreative Energie. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute von einem Ausbruch kreativer und leidenschaftlicher Energie erfüllt bist. Es bedeutet, dass du dich auf eine neue Reise oder ein neues Projekt begibst, das deinen Enthusiasmus entfacht. Das Ast der Stäbe ermutigt dich, diesen Moment der Inspiration zu ergreifen und deine Ideen in die Tat umzusetzen. Es erinnert dich daran, dass du die kreative Kraft und Entschlossenheit hast, deine Visionen zum Leben zu erwecken. Neben dem Ast der Stäbe haben wir den Mond. Diese Karte steht für Intuition, das Unterbewusstsein und die Geheimnisse des Unbekannten. Sie steht für eine Zeit der tiefen Selbstbeobachtung und des Navigierens durch unsichere oder verborgene Aspekte deines Lebens. Der Mond lädt dich dazu ein, deiner Intuition zu vertrauen und die Tiefen deines Unterbewusstseins zu erforschen. Er erinnert dich daran, dass nicht alles so ist, wie es scheint, und dass vielleicht verborgene Einflüsse im Spiel sind. Schließlich haben wir noch die Liebenden. Diese Karte steht für Liebe, Partnerschaften und Entscheidungen. Sie steht für eine Zeit tiefer emotionaler Bindungen und wichtiger Entscheidungen in Herzensangelegenheiten. Die Karte der Liebenden ermutigt dich, die Verbindungen in deinem Leben zu erkunden, sowohl romantische als auch andere. Sie erinnert dich daran, dass Entscheidungen, die von Herzen kommen, oft zu mehr Erfüllung und Harmonie führen. Das Ast der Stäbe, der Mond und die Liebenden bilden zusammen eine Kombination aus kreativer Energie, Intuition und emotionalen Verbindungen. Lass dich heute von der Energie des Stab-As inspirieren, indem du deinen kreativen Eingebungen folgst und deine Ideen in die Tat umsetzt. Vertraue auf deine Fähigkeit, deine Visionen in die Realität umzusetzen. Gleichzeitig verkörpere die Energie des Mondes, indem du deine Intuition erforscht und in die Tiefen deines Unterbewusstseins eindringst. Sei offen dafür, verborgene Wahrheiten aufzudecken und dein Inneres Selbst auf einer tieferen Ebene zu verstehen. Kanaliere die Energie der Liebenden, indem du die emotionalen Verbindungen in deinem Leben pflegst und Entscheidungen triffst, die mit deinen Herzenswünschen übereinstimmen. Suche nach Harmonie und Erfüllung in deinen Beziehungen und Entscheidungen. Diese Deutung steht für einen Tag der kreativen Inspiration, der intuitiven Erkundung und der emotionalen Verbindungen. Lass dich von der Energie des Stabses inspirieren, indem du deine kreativen Ideen in die Tat umsetzt. Nutze die Weisheit des Mondes, wenn du deiner Intuition vertraust und verborgene Aspekte deines Lebens erforscht. Nutze die Führung der Liebenden, um Entscheidungen zu treffen, die mit deinen Herzenswünschen übereinstimmen, und pflege die Beziehungen, die dir am wichtigsten sind. Denke daran, deiner inneren Weisheit zu vertrauen, deinen Leidenschaften zu folgen und Entscheidungen zu treffen, die zu mehr Erfüllung und Harmonie in deinem Leben führen. Wenn du die Qualitäten dieser drei Karten kombinierst, kannst du mit einem Gefühl der kreativen Kraft, intuitiver Einsicht und tiefer emotionaler Verbundenheit durch den Tag gehen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!